Hey Leute, ziemlich kurz ein spontanes Video, aber ich bin gerade auf Gomme gegangen, das erste Mal seit 5 Tagen und auf einmal ist die Lobby ping. Und dann ist mir so eingefallen, ach stimmt ja, wir hatten's Valentinstag. Und dann bin ich halt so auf den Kompass gegangen, dachte mir so, jaja, halt Lobby ping, ne. Und auf einmal sehe ich das. Valentin, lernt euch über unsere Variante von Tinder in Minecraft kennen. Tinder in Minecraft. Okay, dann bin ich hier so hingegangen. Äh, ja, Tinder MC. Äh, ja, das machen wir heute, also wird ein ziemlich kurzes Video, aber trotzdem, das machen wir jetzt. Alter eingeben. Ich bin 17, Interessen, Aktien, Angeln, Anime, Autos, Bugs, Bugs, City Bill, Gaming, Community, Essen, Feiern, Filme und Serien, Füße? Ja, definitiv Füße, ne, what the fuck. Ah, es gibt noch mehr Seiten, Musik, Netflix, okay, wir klinken jetzt einfach mal an. Hallo? Hallo? Kann ich nur drei an-? Warte mal. Ich kann nur drei wählen. Okay, dann müssen wir uns gut entscheiden, dann machen wir YouTube, Sport und dann noch eins jetzt. Trolling, Twitch. Ich kann doch nicht YouTube und Twitch anwählen. Warum gibt's denn nicht YouTube und Twitch oder sowas? Machen wir hier noch, äh, Füße, nicht was? Äh, Film und Serien. Perfekt. Bestätigen. Eigenes Geschlecht. Männlich. Weiblich. Divers. Ne, männlich. Und dann gesuchtes Geschlecht. Weiblich. Bestätigen. Lass das Swipen beginnen. LOL. What the fuck ist mit Gomme los? Bleibt das jetzt so oder ist das nur so eine Valentinstagsaktion? Das wäre übelgeil, wenn das bleibt. Ja, müsste eigentlich bleiben, weil sonst, wenn man so matcht und so. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das so für zwei Tage im Jahr programmiert haben. LOL. Call me Izzy. 14. Gaming, Musik, Anime. LOL. Musik, Alter. Das ist sympathisch. Aber nee. Just Jackui. Oh, den Skin Market. Gaming, Essen, Film und Serien. Ja, Essen ist sehr sympathisch. Äh, Like. Gaming, Musik, Anime. Nee. Musik, Essen, Netflix. Ja. Twitch, Tiere, Musik. Nee. Ich hasse Tiere, Spaß. Anime, Füße. Nee. 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 Gaming und Aktien. LOL. Geh mal weg, Alter. Businessman. Essen, Füße, Aktien. Ihr ist genauso alt wie ich. Oh mein Gott. Aber auch zu Business mit den Aktien. Also Leute, ich könnte das jetzt noch stundenlang weitermachen. Und das werde ich wahrscheinlich auch. Aber, äh, ja. Das war's von diesem kleinen Video. Ich find's ultra funny, dass Gomme sowas gemacht hat. Ich bin echt gespannt, wie lange das, äh, auf dem Server bleibt. Und, äh, ja. Dann, ciao, ne? Immerhin habe ich jetzt ein Video, was schnell zu schneiden geht.